Musik Das ist einer der guten Besucher. Oh, ist denn sexy! Ich kann seine Pore besuchen. Hot man, hot man! Den! Den! Katsch! Hallo! Mehr gibt's für uns gerne nicht. Ich will nochmal die bei. D... Ja, und du? Ich hab noch einen gleich an den Film kommt. Kämt doch mal den da! Promo-Dance! Promo-Dance! Mehr kostet Geld! Dem! Das habt ihr natürlich nicht. Das wollt ihr wohl gerne. Danke, Jungs! Leute, das erste, was mir erst mal auffällt, ist dein extremer Penis, der da irgendwie rausleuchtet. Ja, ist recht extrem. Gott gegeben! Wie kamt ihr denn auf diese brillanten Hosen? Brillante Hosen? Tragt ihr sowas nicht? Nein! Das siehst du doch, da ist das nicht rein. Schade! Aber ihr beide seid nicht zusammen, oder? So exquisit? Nein, wir sind dann ganz offen. Ganz offen? Ja. Mit allem, oder? Magst du denn jetzt exklusiv in die Kamera auch ein bisschen mehr zeigen? So ein bisschen mehr Fleisch? Klar. Ein bisschen mehr Fleisch. Ja, kein Problem. Ein bisschen mehr Fleisch? Dann zeig mal dein Fleisch. Das Fleisch wollen sie haben. Das ist genau das Fleisch, was er sonst auch gibt. Und dein Fleisch? Mein Fleisch? Dein Fleisch? Wo ist dein Fleisch? Jungs! Die wollen unser Fleisch! Die freuen uns! Sollen wir ein bisschen posen so? Ich glaube, wir sollen das. Mehr! Mehr posen! Mehr posen! Die wollen mehr Moves sehen! Jungs! Jungs! Seid ihr mit dem Programm jedes Jahr auf dem Wacken, oder? Meinst du so ein Promo-Dance? Oh ja, los! Dann darfst du arbeiten! Promo-Dance! Das war geil! Das war nicht unser bester bisher, aber... Wir müssen das Programm ein bisschen ausweiten, auf jeden Fall. Ausweiten, habt ihr verstanden? Das war doch richtig. Mehr kostet Geld. Letzte Grüße. Komm, wer sind eure Lieblingsbands und eure Fans hier? Komm, erzähl mal. Die Frau von der Promille-Politesse. Welche Frau? Hier gibt es ganz viele. Nein, nein. Ich weiß doch nicht, wie die heißt. Die weiß der Gemeinde. Komm, grüß sie. Deine grüne Liebe. Elisa. Meine Eltern. Carina. Carina, ja. Marc. Martin. Äh... Jetzt fallen wir. Jo. Mö. Enrico. Enrico. Der wird auch gegrüßt. Unsere Nachbarn. Hallo Petra. Und die anderen Jungs. Und natürlich das süße kleine grüne Monster mit den Bahnen. Ja, der süße grüne Monster. Das wird auch gegrüßt. Das wird auch gegrüßt. Wir schönen Tag auf diese Seite nächsten Mal.